Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Online. Wir werden mal kurz ein paar Sachen weggeben, denn wir wollen nicht, dass er uns das hier stehlt. Oh mein Gott, das wäre ja echt fatal. Das will ich nicht weghaben, die sind mir scheißegal, die Tränke will ich nicht weghaben. Und ganz ehrlich, Spitzacken haben wir auch ohne Ende. Ich werde mal jetzt folgendes versuchen. Lalalalalala. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Leute, wenn das was hilft, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, ob der immer nur ein Slot rausnimmt. Wenn ja, dann packe ich meine Tasche echt voll mit so einem Schrott hier und splitte den einfach auf. Und splitte ich den einfach auf. Mal gucken, ob das klappt. Ob das was bringt. Und ich werde definitiv hier nicht alles mitnehmen an Fleisch, bevor der mir mein Fleisch wegnimmt. Weil so viel Fleisch brauche ich nicht. Ja, mhm. So, wir brauchen hier maximal vier Stück. Hallo? Kein Plan war das jetzt, was das jetzt war. Hierhin und sortieren. Und fertig. Ja, Leute. Kann man den fangen? Das wäre mir echt zu schade um die Falle. Ich lasse es jetzt erstmal so. Wir gehen los. Wir ziehen los. Kommt da irgendwer mit? Nein. Es war so klar. Da kommt niemand mit. Wir sind auf uns allein gestellt. Oh Mann, wie geil. Ich freue mich so richtig. Auch wenn das ein ätzender Kampf wird, weil er uns halt die Items klaut, freue ich mich auf dieses Monster. Ist so. Bin ich ganz ehrlich. Offen. Ganz offen und ehrlich. Solange der nicht unsere Waffen klaut. Oh nein. Na, bist du bereit, diese komische Chamäleon-Fee zu töten? Pass aber auf, der klaut dir alle deine Sachen. Mann. So wie den Chat jetzt gerade. Der hat mir meinen Schlüpper geklaut. Ja, hat der. Erst mein Auge. Ach, halt die Klappe, du doofe Kuh. Stille. Okay. Naja, zumindest wenn wir jetzt alleine gehen, können wir auch halt alles mitnehmen, was es hier gibt. Auch wenn uns das alles geklaut wird. Wir nehmen es mit. So, ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie der Kampf geht, aber ich sehe da hinten schon etwas, etwas farbenfrohes. Oh Mann. Das sieht so geil aus. Verdammt. Ich habe damit gerechnet. Also, Nase abschlagen. Ih, der kotzt hier einfach rum. Okay. Es war so klar. Hat der uns alle weggeklaut? Mal schauen. Ah nein, der nimmt sowieso immer nur eine weg. Okay. Warum tut er das eigentlich? Was hat er davon? Hat er Hunger? Hm. Sehr schön. Wir sind vergiftet. Scheiße, ich habe das Gegengift nicht drin. Ja, das war zu erwarten. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir uns nicht mit seiner Zunge berührt. Du giftiges... Alter. Krass. Krasser Gegner. Was macht der jetzt? Oh nein, kann der auch noch verwirren? Scheiße, er kann Sachen stehlen. Oh, Scheiße. Er stiehlt uns alle unsere Sachen. Oh, Mann. Er klaut uns unsere Sachen. Ich habe den Fahrball an den Kopf geworfen. Oh, irgendwas haben wir getroffen. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist das für eine komische Sabberkacke? Oh, Mann. Der Kampf ist cool. Aber es ist echt schwer, das Horn abzuschlagen. Oh. Oh, nein. Und schon wieder. Oder? Okay, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir müssen den erstmal umschubsen. Äh. Was? Der kann echt fliegen? Was ist das denn für ein Saufi? Der will mich wohl natzen. Auf die vier. Ja, war klar. Nicht schlecht. Da frisst er mein ganzes Scheiß Zeugs auf. Mein halbes Inventar leer. Okay, also ist es vollkommen egal. Wir brauchen die nicht in Einzelteile aufzusplitten. Der frisst uns kein ganzes Deck weg. Der frisst uns nur Einzelteile weg. Und das ist dann eh Pott wie Deckel. Aber nichtsdestotrotz ist es da nicht schlau, ganz viel Scheiß mit sich rumzuschleppen. Spitzhacken und so weiter und so weiter. Also alles an Max. Was geht? No. Nein. Wo fliegst du jetzt schon wieder hin? Wow. Das ist cool. Haben wir sie mit dem Thorn schon abgeschlagen? Nee. Cool. Der hat sogar diese Chameleon-Bewegung gemacht. Gerade mit dem Arm. Habt ihr das gesehen? Ah, komm. Kann man den Schwanz abschlagen? Ich will dich umschubsen. Lass dich doch mal umschubsen. Immer schön weiter drauf. Bis er umfällt. Immer schön auf die Ärmchen. Ah, Mist. Okay, er hat uns wieder irgendwas geklaut. Ich sehe auch nicht, wohin wir da schlagen. Was war das denn? Ach, er haut ab. Ah, das ist nämlich mal eine Strategie. Er macht sich unsichtbar. Und haut ab. Alter Falter, nicht schlecht. Mal in unserem Inventar schauen. Sieht auch noch gut aus. Eigentlich geht's. Wir brauchen hinten auch gar nichts mitnehmen müssen. Wir haben ja genug Fleisch. Ich Idiot. Na, wo bist du denn? Er schläft echt jetzt? Der macht sich unsichtbar und schläft? Oh Mann. Sehr schön. Aber wir haben das Hornig abgebrochen. Schade. Juhu, wir haben ihn. Wir haben ihn besiegt. Irgendwie habe ich einen härteren Kampf erwartet. Ja, jetzt habe ich auch meinen Schlüpper endlich wieder. Er ist noch in seinem Magen. Schneid ihn raus. Mädel, du hast dir gar nicht... Ja, warum hast du jetzt deine Brille ausgezogen? Hatte sie nicht gerade eine Brille an oder was? Hatte sie sie gerade an? Sieht irgendwie anders aus. Egal. Wo ist sie? Jedenfalls, ähm... Das war er. Scheiße. In neun Minuten... Wirklich hardcore war der jetzt nicht. Aber okay. Das war ja jetzt auch nur die Quest-Variante. Das Eis ist gebrochen. Wir können ihn jagen gehen. Deine Rüstung finde ich auch sehr cool. Sieht irgendwie witzig aus. Habt ihr ja schon gesehen. Sieht irgendwie witzig aus wie so eine Magierrobe. Hallo, gib mir meinen Scheiß wieder. Spuck's aus. Spuck's aus. Das ist echt gemein. Das ist... Das ist echt gemein. Oder kriegen wir es jetzt wieder? Mal kurz drauf achten. Äh, nope. Es ist weg. Für immer weg. Im Tiefen des Magen verdorben. Und verdaut. Okay. Egal. Mal gucken. Wir haben ja jetzt noch genug Zeit, um die Quest weiterzumachen. Denn wir befinden uns jetzt, glaube ich, auf der letzten, letzten Quest-Seite. Lilly, was sagst du dazu? Nein! Renn doch mal in die Richtung. Ach nein, ey. Wenn das wieder die Toastel ist, kotzt sich der vor den Gürtel. Ja, lacht du nur. Ich... Alter, Falter. Ich lauf hier ein. Ich verstehe nicht, warum das so... Scheiße heiß in diesem Raum ist. Ich zerlaufe. Ist... Hä? Alter, du bist doch derselbe Spaß. Die hättest du nicht da hinten mit uns reden können. Oh. What the fuck? Wo sind die Menschen? Da ist doch keiner. Das ist einfach nur ein Lautsprecher. Keine Ahnung, was das für ein komisches Video war. Irgendwie fehlte alles da drin. Der Aufzug, die Menschen und so weiter. Aber komischer... Der komische Typ hier hat jetzt auch wieder... ...eine neue Quest für uns, der wir nachgehen können. Und dafür müssen wir... ...ja, doch zu der rennen, der wir eigentlich an den Gürtel kotzen wollten. Tadam. Ach, herrlich. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der... ...ja, was für neue Monster... ...also die Mervis Tophelin. Ne? Und der Rayang fehlt ja noch. So. Ach, da bist du ja wieder. Supi. Wir können ja endlich diese komische Krabbenquest in den Arsch schieben. So. Sehr schön. Nein, ich will mit der sprechen. Immer derselbe Fehler. So. Ach, jetzt dürfen wir wieder mit dir sprechen. Was geht denn ab hier? Okay. Auf, auf, ringfrei zum neuen Questgebiet. Das letzte Questgebiet in der Reihe. Und ich glaube, dann sind wir so langsam... ...auch am Ende der Quest wieder angekommen. Und können uns wieder auf das High-Rank-Gedönsel konzentrieren. ... ... ... ... ... So. Jetzt ist der Aufzug da. Ach, da weiß man auch nicht, was das soll. Zurück, zurück. Zurück. Ja. Es geht definitiv weiter. Vorher geben wir aber diese Sachen nur wieder bei Ken ab. Denn wir müssen auch die Sachen wieder mitnehmen. Ähm. Zack, 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 zack. Oder haben wir das Zeug wiederbekommen? Ne, haben wir nicht. Ist definitiv weg. Unsere schönen Potts. Mist, Sau. Ach doch, wir haben es wiederbekommen. Nein, haben wir nicht. Ich habe die gerade rausgenommen. Gott, bin ich doof. So, unser Fleisch auch wieder. Zack. Zack. Zack, das... Nein, Mann. Ich wollte das doch... Boah. So, jetzt aber. Beutel haben wir auch noch. Die sind für die Quest-Dings der Boomster. Ein paar Farbbälle könnten wir jetzt so langsam mal mitnehmen. Für den Moment, wenn wir keine mehr haben. So, und natürlich... Ähm, wo haben wir sie? Spitzhacke und Dings. Äh. Ähm. Ach, da unten. Meine Güte. Voll versteckt. So. Und wir können weiter. Wir können weiter. Allerdings gibt es für uns dafür diese komischen Kisten noch, weil wir ja hier jetzt gerade am Questen sind. Zack. Alles mitnehmen. Mal gucken, was haben wir da drin? Erst mal die Rolle nehmen. Gibt es hier Neues? Was sind das für Dinge? Was können wir damit machen? Egal. Ist das euer Ernst? Wartet mal. Ähm. Ohne Scheiß? Echt jetzt mal? Ich hab das Kackschwert ein zweites Mal bekommen? Voll für'n Arsch. Die ganze Zeit mal ein anderes doofes Schwert. Wie voll für'n Arsch weitergeschmiedet. Egal. Ab zum Tigrex. Und vier Quests bestehen uns noch bevor. Schon wieder ein Tigrex. Hm. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder auch eine Nummer härter sein. Vulkangebiet haben wir. Oh, scheiße. Wir haben Tränke vergessen. Ups. Das kann lustig werden. Also hier die Kältetränke. Entschuldigung. So. Hallo. Da sind wir wieder. Wir kommen mit dir auf die Vulkan-Quest. Denn alleine schaffst du eine Tigrex nicht. Ach ja, doch. Die schafft das schon. Die ist richtig stark. Das hab ich genau gesehen. Von Anfang an wusste ich, die wird richtig stark. Auf Gebiet 4 also. Oh. Ich wusste es. Und wie das so ist, natürlich. Gott sei Dank ist Gebiet 4 aber kein, ähm, Feuerdings. Hinterher. Tja. Tja. Tja, manchmal sollte man auch sein Gehirn anschalten und Käfer. Und versuchen, äh, nochmal durchzuchecken, ob man wirklich alles mitgenommen hat. Ach komm, ey. Philipp, du triffst diese Schweine doch sowieso nicht. Oh. Moment. Die Quest hatten wir doch auch schon, oder? Da liegt schon wieder ein toter Ratterlust. Sollen wir noch den Schwanz abpacken? Oh. Scheiße. Es war so klar. Ab ins Feuergebiet. Und wir sind gearscht. Das heißt, ich muss mich jetzt die ganze Zeit potten. Oh. Oh, scheiße. Die Leben tickern aber echt schnell runter hier. Da ist er doch. Dann jetzt der schnelle Modus. Einfach versuchen, den T-Rex schnell kaputt zu machen. Und versuchen nebenbei mit unseren 10 Pots zu heilen. So. In Monster Hunter Portablesert war das auch noch so, dass wenn man hier irgendwie am Rand stand, dass man dann auch mehr Schaden bekommen hat. Also, dass die Leben noch schneller runtergesickert sind. Nein. Lass mich. Und er dreht sich. Pirouette. Ja, schmeiß mir einen Stein ins Gesicht. Geht's noch? Hör mal auf damit. Schnapp, schnapp. Händchen ab. Mist. Uh. Es gibt's nicht. Lass dich doch hier mal treffen. Komm her, Junge. Und zack. Okay, alles klar. Wird mal wieder Zeit zum Heilen. Und noch mal. Scheiße. Mist, jetzt hab ich vergessen, auch die Sprung-Taste zu drücken. Okay. Weiter geht's. Dann ist das jetzt mal Hard-Mode halt. Also nicht Hard-Mode, sondern Hard-Mode. Und umdrehen. Und auf den Kopf. Und noch mal auf den Kopf, weil du grad so schön still hältst. Oh oh, jetzt ist er böse. Also sauer. Wird Zeit zum Heilen. Wird Zeit zum nochmal heilen. Einfach so. Komm her. Komm her. Und sehr schön. Wow. Noch sehr schön. Nein. Wow. Sind wir gerade drunter durchgerollt. Noch gerade so. Da waren wir zu nah dran. Komm her. Jetzt fall doch endlich um. Lass los. Siehst du? Ich hab gesagt, sie hat's richtig drauf. Die hat den Tigris kaputt gemacht, obwohl die keinen Kältetrank dabei hat. Na, da weiß die Weißhaarige aber auch nichts mehr zu sagen, gell? Ah ne, jetzt die Braunhaarige. Die sehen irgendwie alle gleich aus in ihrer Rüstung. Mit dem Helm drauf. So, was machen wir denn schönes? Hier, ein bisschen Steine kaputt treten. So macht man das. Haha. Kommt her. Na, kommt. Gucken, gucken. Kommt her. Hier, guckt euch diesen Stein an. Hier drüben. Hier ist noch so ein Stein. Kommt mal her. Ey, Philipp. Guck mal. Guck mal hier. Guck mal hier. Haha. Könnte was denn blöd sein. Guck mal, eine Pflanze. Die nehmen wir auch eben. Ne, Quatsch. Das ist keine Pflanze. Das ist Stein. Gehstein. Ein Gehpunktstein. Okay. Können wir eh nicht mehr von mitnehmen. Ist wahrscheinlich gerade so geärzt. 100 Prozent. Wie haben wir das denn geschafft? Oh. Nur Schrott. Können wir auch weitergehen. Ja, liebe Leute. Es scheint so langsam. Ne? Drei Quests haben wir noch offen. Schaffen wir die alle in der nächsten Folge? Warum geht es das Eventfenster-Ding auf? Wie haben wir hier? 17 Beutel. Hm. Haben wir nicht mal hier irgendwas bekommen? Hm. Nein. 10? Nein. Okay. Ja, wir haben keins vollständig. Das ist scheiße. Und ich glaube, es wird eine kürzere Sette. Das heißt, wir haben gerade voll die Dummheit gemacht. Ach, ist doch kacke. Ist egal. Ist egal. Ich weiß sowieso nicht, was wir da rausbekommen. So, Light Tenner in der nächsten Episode. Danach wahrscheinlich nochmal hier bla. Und dann zum guter Letzt Mephistophelin. Und dann geht es auch hier in die neuen Dinger rein. Ja. Gut, liebe Leute. Dann sage ich mal, auf Wiederschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Light Tenner. Und können mal gucken, ob wir bald mal die Rüstung von der zusammenbauen können. Der oder dem Käfer. Denn die sah richtig cool aus, fand ich. Na, also so im Style-Faktor her. Wir müssen noch ein paar Sachen hier weggeben. Gut, Leute. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Tschau, Leute. Tschau, Leute.